Freitag, 30. September 2016, halb 10, ein wunderschöner Abendhermik. So ein bisschen Scheiben auf der Sonne. So langsam merkt man, dass es Herbst wird bei den Baumfarben. Ja, ich mache davon eine Zeitrafferaufnahme mit meiner kleinen Praktika. Dann sehen wir uns aus der Sonne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020